hey na und willkommen zurück leute zu minecraft ja wir bauen jetzt einfach mal straight out the compton das holz bau dingsbums hier ab habe jetzt so richtig bock das jetzt mal einfach weg zu machen aber natürlich nicht mit der holzachs ich bin ja nicht blöd mediamarkt ich bin doch nicht blöd schleichwerbung wir brauchen eine bessere axt das machen wir mit eisen und eisen habe ich hier 1 3 davon bruch 2 und dann machen wir das doch mal hoch hoch so jetzt müsste das deutlich schneller gehen damit wir dann in der nächsten oder übernächsten folge mal runter gehen na das geht ja wirklich flott wie ein flotter dreier also das jetzt das geht jetzt wirklich richtig schnell warum bin ich nicht vorher auf die idee gekommen mit einer eisen axt das hier abzubauen warum warum naja egal hauptsache es geht jetzt schnell voran da sind scharf ja ja so ihr könnt mir mal ja in die kommentare schreiben was für spiele ich noch spielen könnte also ich bin jetzt wenn ihr das video seht bin ich jetzt zwei wochen weg ich habe ich bin gerade am vorproduzieren sozusagen ich feiere in die ferien und das für zwei wochen und da könnt ihr mir trotzdem mal in die kommentare schreiben was für spiele ich denn spielen könnte außer csgo ich mag kein csgo keine ahnung warum mir gefällt es eigentlich überhaupt nicht so ja dann könnt ihr mit mal ein paar ideen in die kommentare schreiben könnt ihr natürlich auch schreiben minecraft aber was in minecraft badwars keine ahnung was da noch gibt rush hunger games etc könnt ihr mir alles mal schreiben und ja da würde ich mich freuen komme ich daran ja sehr gut damit wäre denn der job fast schon erledigt jetzt müssen wir aber mal die holz axt hier auch kaputt machen sonst ist ja ein bisschen komisch dass ich die noch im inventar habe na jetzt ach so okay so jetzt ist gut jetzt haben wir die auch weg sieht voll komisch aus wahrscheinlich so ein ein komisches gebautes halb aufgebautes haus wo schwebt weil minecraft schweben ja die blöcke sozusagen hier so aber das asiatische hier sieht gar nicht mal so schlecht aus auch in john smith jetzt hier fehlen noch diverse dingens dingensküchens aber zuerst mal machen wir hier den boden ganz klar so ich nehme wann nehme ich jetzt auf 12 uhr naja ist jetzt nicht so früh aber ich bin noch gerade erst aufgewacht sozusagen bin noch ein bisschen müde aber hält mich nicht davon ab vor zu produzieren erst mal schön jetzt hier abbauen 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 was ist das das ist so ich dachte das ist erde komm abbauen 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 jetzt mach doch mal hinne hier jetzt mach doch mal hinne tschüss licht und du was willst du was willst du du hast dir nichts gesucht und weg fast gestorben das dauert und dauert und dauert und dauert und dauert und jetzt müssen wir hier mal ein bisschen aufpassen hier ist ja wasser wassabi 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 lalala 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 lal Erde, damit wir den Boden erstmal hier dingsen können, ne, ihr wisst, was ich meine, so, Erde, dirt hier, so, das kann man alles hier weg, dirt, dirt, ich bin so dirty, what the fuck, Breakdance, 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 voll musikalisch heute, total musikalisch, zack, 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 ups, so, irgendwie leckt das so ganz wenig, so ganz, 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 ganz wenig leckt das, würde ich mal so sagen, ups, nein, verdammter Scheiße, so, zweite Ladung, dass es wirklich so viel ist, das habe ich nicht gedacht, ob das reichen wird, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ich hoffe es, oh, nice, gut, es hat gepasst, ist doch toll, erstmal mal das Wasser stoppen, das darf nicht mehr fließen, so, jetzt haben wir noch ein, hier müssen wir auch noch das Wasser auspumpen, geht irgendwie nicht, gerade habe ich das Gefühl, so, hier, da ist ein Dings, von dem, und jetzt müsste das Wasser, ey, come on, ah, gut, sehr schön, haben wir das auch schon mal erledigt, ähm, ja, jetzt brauche ich hier noch den Glowstone hier ab, so, oh, und wir bauen uns eine neue Axt, hm, dann wird das wahrscheinlich wohl in der nächsten Folge sein, mit dem, ähm, abbauen, äh, abbauen, sage ich schon, mit dem Diamanten suchen, naja, wir haben Zeit, ups, warte mal, ich wollte ja noch hier ne Dings machen, 1, 2, 3, so, und 2, perfekt, huch, huch, also, jetzt gehen wir und bauen weiter ab, oh, der Löwe, der Löwe, der Löwe hat seine ganz eigene Art und Weise, so, Ben Lexer, jetzt im Kino, ähm, so, ein bisschen tiefer reden, vielleicht wird dann meine, vielleicht wird meine Stimme dann auch ein bisschen tiefer, mal sehen, wie sich das so einbürgert, alles klar, boah, das, das, das dauert wirklich noch eine Ewigkeit hier, und die Sonne, das dauert wirklich eine halbe Ewigkeit hier, das abzubauen, ne, hinbauen geht immer leicht, aber abbauen dann wieder nicht, das ist doof, richtig, richtig doof, hm, 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 äh, niemanden ähm, okay so, dann würde ich sagen, das wäre es dann auch schon mal mit dieser Folge was habe ich denn hier jetzt wieder gemacht wo ist das Dirt, nein, huch hier, so dann würde ich sagen, das wäre es auch schon mit dieser Folge, ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten Mal Leute, haut rein ciao